Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video bei The German Refugee. Du hast das Gefühl, dass dich in deinem Leben immer wieder selbstgefällige Menschen umgeben. In diesem Video lernst du, wie du Narzissen erkennst und dich effektiv vor ihnen schützen kannst. Bleib bis zum Ende dran, denn dann habe ich einige spannende und lebensnahe Tipps für dich. Ja, ich habe so ein Video schon mal gemacht, aber es gibt einfach noch mehr Sachen, die ich dir hier erklären will, dass du dich wirklich langfristig und sicher davor schützt. Weil viele von euch schreiben mir in die Kommentare, Mensch, ich bin jetzt raus, mir geht es gut, aber ich habe die große Angst, solche Leute wieder in mein Leben zu ziehen. Dass ich schon wieder sowas durchlebe, dass ich wieder leide und wieder nicht an erster Stelle stehe in meinem Leben. Dass ich mich wieder zurückschrauben muss und eigentlich gar nicht mehr im öffentlichen Leben stattfinde. Dass ich isoliert werde, ihr wisst, wie das läuft. Und ich bin bei euch allen. Ich kann nachvollziehen, wie es euch allen geht. Ich habe das alles schon durch, deswegen bin ich hier auf diesem Kanal. Und deswegen bist auch du hier, weil du die Antworten suchst und verfestigen willst und dich schützen willst. Die Welt wird immer toxischer. Es ist nur daran, wie wir uns davor schützen, was wir machen. Denn dafür wird es keine Anleitung geben. Dafür wird es kein Schulfach geben. Und es ist so viel Unvorhersehbares, was vor uns liegt. Mach dir doch jedoch bitte keinen Kopf über deine Vergangenheit. Was mit diesem Narzissten passiert ist, ist passiert. Du kannst nur jetzt daraus lernen. Aber dich die ganze Zeit in diesem Kreis zu drehen, macht dein Thema noch größer und du kommst nicht raus. Damit sage ich nicht, informiere dich nicht. Aber wenn du mal Me-Time hast oder im Bett liegst, vorm Einschlafen, dann schieb diesen Gedanken einfach nach links, wie bei Tinder, wie ich es schon mal gesagt habe. Schieb diesen Gedanken weg. Ist dieser Gedanke jetzt wichtig, gedacht zu werden oder nicht? Das war mein kurzes Intro und dann starten wir direkt rein in die Folge. Narzissten können charmant und manipulativ sein. Das wisst ihr bereits. Da gibt es einige Anzeichen. Weil diese Leute sind in der Außenwahrnehmung fast nicht zu erkennen. Das Lustige bei mir ist, ich würde mich fast als hochsensibel beschreiben. Das heißt nicht, dass ich viel weine, sondern dass ich einfach viele Stimmungen und Stimmungsschwankungen und Auren von Leuten irgendwie merke. Also ich merke es, wenn es meinen Kumpels schlecht geht, auch wenn die mir das gar nicht erzählen. Familie. Ich werde auch öfters mal nachts wach und merke, irgendwie in meinem Umfeld, in meinem Dunstkreis geht es schlecht. Und ich sehe mich selber als Empath und ich finde das auch eine gute Eigenschaft und die werde ich auch behalten. Auch nach solchen Leuten. Weil diese Leute haben es nicht verdient, aber es gibt genug Leute, die sowas noch verdient haben und die sowas auch nicht mehr finden. Und warum sollte ich jetzt mich verändern? Ich bin so und ich bleibe so. Und da können noch so viele Narzissten kommen. Da wird sich nichts daran ändern. Aber ihr wisst schon, Narzissten sind in der Außenwahrnehmung meistens die perfekten Schwiegerleute oder perfekte Schwiegersohn oder im Job. Die können sich verkaufen, weil sie von dieser Person ja auch nichts wollen außer Bestätigung für ihre tolle Arbeit oder für einen kleinen Gefallen. Aber du bist diese Person, die einfach viel zu viel Zeit und jede Sekunde ist eine zu viel mit so einer Person zu tun hatte. Und das ist dann eine ganz andere Wahrnehmung. Dessen musst du dir bewusst sein. Du kannst dir auch sagen, mein Briefträger ist der netteste Mensch überhaupt und der bringt mir die Briefe immer pünktlich. Nebenbei ist sein Job. Aber seine Frau könnte was ganz anderes über ihn denken. Merk dir, das sind schon die ersten Sachen. Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, wenn du mit diesen Leuten nicht länger rum- und abhängst. Beispiel. Du hast ein neues Projekt und erzählst einer Freundin davon. Plötzlich wechselt sie das Thema und beginnt über ihr eigenes Projekt zu reden. Und das immer und immer wieder. Das ist oft schon mal ein Anzeichen für narzisstisches Verhalten. So dein Projekt ist gar nicht wichtig. Wenn sie das machen würde, würde es sowieso besser laufen. Und was kannst du eigentlich? Aber sie muss ja auch die ganze Zeit Gesprächsthema sein. Sie muss die Priorität Nummer eins sein. Die oberste Priorität. Und das wird sie dir auch schon nach einer Woche sagen, dass sie schon merkt, dass sie gar nicht mehr die obere Priorität ist. Aber Mädchen. Und ich rede jetzt von meinem Beispiel. Mädchen. Du bringst zu dieser Sache gar nichts bei. Du bist einfach nur geboren worden und willst hier Prinzessinnen-Treatment, wie man so schön sagt. Wie eine Prinzessin behandelt werden. Du bringst weder mental, menschlich noch irgendwie irgendeinen Mehrwert zu einer Beziehung dazu. Und ich sage immer wieder, eine Partnerin oder ein Partner ist kein Lebensinhalt. Es soll dein Leben bereichern. Ihr sollt gemeinsam wachsen. Gemeinsam. Sowas gibt es da nicht. Da gibt es nur ihn auf dem Podest und du weiter unten oder noch weiter. Also du wirst wahrscheinlich gar nicht. Du hast eine Urkunde für die Teilnahme bekommen. Und da braucht sich keiner drauf feiern. Sowas würde keiner aufhängen. Sowas würde ich am liebsten dann verbrennen. Weil bei dieser Person wollte ich niemals teilnehmen und auch keine Preise gewinnen. Nummer zwei. Beispiel. Wenn du jemandem einen Gefallen tust und ihn um einen kleinen Dienst bittest, ist seine Antwort, wie viel Zeit kostet mich das? Wenn die Person auch kein Interesse an dir hat, kann das ein weiteres Warnsignal sein. Ihr merkt das schon. Ihr kennt das sicher. Ja, das muss ich da machen. Und lohnt sich das überhaupt? Und hier merkt ihr auch diese Miesmutigkeit. Das war nicht seine Idee. Deswegen braucht er bei diesem Projekt auch gar nicht mitmachen. Ihr merkt schon, Narzissten sind keine Teamplayer. Ein großes Indiz, um solche Leute zu erkennen. Und es geht ja auch ums Arbeitsleben und egal, wo ihr solche Leute trefft. Wir reden ja nicht nur von Beziehungen. Wenn du keinen Stellenwert hast, deine Aussagen nicht relevant sind, sondern nur er und für dich auch kein einziger Handgriff geschehen kann, weil dann müsste er ja was tun. Meistens delegieren Narzissten die Aufgaben an dich. Wo du natürlich meistens mit deinem Helfersyndrom trotzdem mit einsteigst. Oder weil du halt Angst vor Konsequenzen hast, weil diese Person dann zum Chef geht, wie ein kleines Kind im Hausenhof. Das kleine Kind und der Narzisst, das wisst ihr mittlerweile. Da gibt es so viele Parallelen und da kommt bald gerne ein Video. Wenn ihr das gerne hättet, dann mache ich da wirklich mal Notizen dazu. Weil es lässt sehr, sehr viel auf ein Kleinkind schließen. Mach dir vielleicht auch darüber mal selber Gedanken und antwort mir dann in den Kommentaren. Vielen Dank schon mal. Nächster Punkt. Du müsstest hier ganz klar deine Grenzen für dich setzen, bestimmen und festigen. Das heißt, wenn du Anzeichen siehst oder wenn du halt dir gar nicht einig wirst mit dieser Person. Wenn bei einer Datingphase du eigentlich nur auf Kompromisse kommen würdest, aber nicht auf, das bereichert mein Leben. Das können wir gemeinsam angehen. Das macht mir auch Spaß. Oder hier würde ich mich gerne reinfuchsen. Jetzt sagen wir mal so, in einer normalen Beziehung kommt oft der Partner daher mit Hobbys, wo du dir vielleicht noch gar keine Gedanken drüber gemacht hast. Auf einmal findet sich dann der Mann in einem Yoga-Kurs, wo er gar nicht sein will. Also hier musst du auch ganz klare Grenzen setzen. Außer du sagst, interessiert mich. Ich müsste eh mal zu meiner inneren Mitte kommen so ungefähr und mache ich mit. Klar, können wir uns anschauen. Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel davon. Das ist eine andere Sache. Aber wenn du zum Beispiel im Arbeitsleben einen Narzissten hast, stell dir vor, dein Kollege, der ständig deine Zeit stiehlt, in dem man in deinem Büro auftaucht und endlose Geschichten erzählt, dann musst du halt einfach mal sagen, du, ich habe zehn Minuten, um das hier fertig zu arbeiten. Lass uns später reden. Dann zeigst du, dass du deine Zeit klar strukturierst und dich anstrengst und lässt weniger Raum für manipulative Gespräche. Denn die können oft sehr unterschwellig sein. Da kriegst du von einem Kollegen schon Kommentare oder einfach so Nachreden. Ja, ich brauche dich ganz schnell. Unbedingt. Komm sofort. Und du hast halt momentan überhaupt keine Zeit, weil dir die Arbeit über den Kopf ragt und du gar nicht mehr weißt, wohin. Dann ist es so, später. Mach mal später. Alles gut. Weil dann gehe ich halt zu deinem Auszubildenden. Ist mir doch egal. Dieses mir doch egal. Ist wieder so ein typisches Indiz. Kleinkinderverhalten. Ich brauche dich nicht. Du kannst eh froh sein, dass ich dich gefragt habe. So unterschwellig. Da werdet ihr selber viele Beispiele aus der Arbeit haben. Und ich würde sie mir gerne durchlesen. Diese Nachsätze, diese manipulativen kleinen Sätze, die aber dann bei dir bleiben. Und besonders als Overthinker, also eine Person, die sehr, sehr viel nachdenkt und Wochen später auf Antworten von Gesprächen kommt zum Beispiel. Ich bin da ganz klar dabei. Ich überdenke so viel. Und auch darüber würde ich gerne Videos machen, weil ich das gerne kontrollieren würde, meine Gedanken. Dass ich nicht immer abschweife. Dass ich oft echt mal einfach das wegschiebe. Ja, ich will aber jetzt nicht vom Thema abkommen. Wir bleiben dabei. Keine Sorge. Der nächste Punkt, was du machen musst, wäre die emotionale Distanz. Du darfst dich nicht so mit einbringen lassen. Du darfst nicht alles emotional werden lassen. Du darfst nicht immer Emotionen reinbringen, weil das nährt diese Person. Je mehr du dich reinsteigerst und je relevanter das Thema für dich ist, desto mehr kann diese Person Macht an dir ausüben. Ganz klar. Weil wenn dir was egal ist, dann wirst du auch ziemlich gleichgültig darauf reagieren. Aber wenn diese Sache dir am Herzen liegt, dann kann diese Person dich genau dahin manövrieren, dass du am Ende gar keine Lust mehr hast auf diese Sache. Emotionale Distanz ist entscheidend. Doch wie geht dir emotionale Distanz? Da habe ich ein kleines Beispiel für dich. Wenn dein Narzisst beispielsweise herunterziehende Kommentare macht, statt dich direkt verletzt zu fühlen, sag dir selbst, das ist seine Sicht, nicht meine. Praktiziere affirmatives Denken, um dich abzugrenzen. Es ist seine Sicht und nicht deine. Es ist nicht die Sicht der Allgemeinheit. Es ist nur seine Sicht. Aber an diesem Punkt wirst du vor allem mit einer Historie aus deiner Psyche denken, ich bin hier das Problem. Und wenn er das denkt, dann werden das wohl alle über mich denken. Weil genau so ist das Wording eines Narzissten. Das hat der übrigens auch gesagt. Das denken die aber auch. Und dann bist du kurz davor, dass du die Leute fragst. Und meistens wissen die gar nichts davon. Weil du nie das Problem warst. Aber hier geht es schon los. Ihr wisst hoffentlich an dieser Stelle, was ich meine. Das und das passiert so und so. Und es ist schlecht, dass es so passiert. Das sagt übrigens der Chef auch. Wie sagt der Chef auch? Ja, das hat er auch gesagt. Gehst du zum Chef, sagst du, nee, auf keinen Fall. Wie hat er dir das erzählt? Und dann kannst du halt auch nichts sagen, weil du nicht der Mensch bist, der den anderen dann gerne hinhängt für sowas. Dann bist du der Komische, wenn du das ansprichst. Und du sagst, hey, mein Kollege ist ein Narzisst. Oder mein Vorgesetzter. Die Leute wissen davon nichts. Die Leute verstehen dich nicht. Und die Leute würden sich auch nicht reinfuchsen und reindenken. Interessant, dass ich in dieser Folge schon zweimal reinfuchsen gesagt habe. Ja, ich komme aus Bayern. Ich weiß nicht, ob man das bei euch auch so sagt. Für weitere Beispiele, wie du dich langfristig von Narzissen schützen kannst, werde ich dir an dieser Stelle in der Infocard und am Ende vom Video als weiterführendes Video den ersten Teil einfügen. Denn ich will mich nicht wiederholen. Und das erste Video ist wirklich durch die Decke gegangen. Und dadurch will ich es dir einfach empfehlen. Es ist interessant und es wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Schau da gerne noch mit rein. Aber jetzt zum Schluss. Zu guter Letzt arbeite an deinem Selbstwertgefühl. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe dir schon oft gesagt, Selbstliebe ist der Punkt in deinem Leben, wo du hin musst. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, wie sollst du dann überhaupt klarkommen? Wenn du im Spiegel schaust und dich nicht ansehen kannst, dann haut das Ganze nicht hin. Beispiel, setze dir kleine erreichbare Ziele und feiere deine Erfolge. Sammel Erfolgsergebnisse. Für dich, für keinen anderen. Du gehst zum Sport für dich. Nicht, um gut auszusehen auf dem Datingmarkt. Du machst jeden Tag dein Yoga, Stretching. Und wenn es nur 15 Minuten sind, feier diese 15 Minuten. Feier, dass du es durchziehst. Und mach alles für dich in dieser Hinsicht. Gerade jetzt, wo du dich wieder neu aufbauen musst. Denn je mehr du dich selber wertschätzt, desto weniger Einfluss haben Narzissten auf dein Leben. Davor warst du ein Mensch, der verletzlich war, der vielleicht selber aus einer Krise kam, der gerade eine Krise hatte, der vielleicht einen Trauerfall erlebt hat, der vielleicht selber nicht ganz genau wusste, wo er hin will, wo er herkommt. Vielleicht waren deine Eltern Narzissten und du wurdest von klein auf auf das geprägt, dass du so ein Verhalten als normal siehst. Oder die Person hat es bei dir ausgelesen. So, hey, da merke ich, da kann ich andocken. Da ist noch was offen. Dein Selbstwert ist das Allerwichtigste, um dich zu schützen. Weil es ist allgemein gut. Wenn du dich selber nicht magst, dann strahlst du das aus, dann sehen das die Leute, dann spüren das die Leute. Und wenn du zu einem Date oder zu einem Vorstellungsgespräch fährst mit einer Einstellung, ich schaffe es ja sowieso nicht und das und das, dann merken die Leute deine Grundstimmung, deine Aura und was dich gerade beschäftigt. Ich kann es zumindest, ich kann es nicht für alle sprechen, aber ich würde merken, wenn eine Person vor mir ein Trauma hat oder gerade Krisen hat. Ich sehe sowas. Und wenn du hier stoisch bist und dich aufbaust und stabil bist und ein Ego entwickelt hast. Und ja, dazu würde ich auch sagen, Ego, Männlichkeit, Zufriedenheit, all das kannst du haben, während du aber trotzdem noch an deinen Traumas arbeitest, an deinen Traumata. Meine Vergangenheit, ich könnte schreien, ich könnte alles, aber es muss ja keiner merken. Und ich muss mich auch nicht jeden Tag damit beschäftigen. Ich habe mein Ego und ich weiß jetzt, was ich zulasse und was nicht. Und wenn irgendwas Ungerechtes passiert gegen anderen Menschen, gegen mich oder gegen Tieren, dann werde ich weiterhin dagegen vorgehen. Und dann werde ich nicht klein beigeben, wie es diese Menschen teilweise von mir wollen. Zusammenfassend lässt sich sagen, Narzissten erkennen, Grenzen setzen, emotionale Distanz schaffen, Unterstützung suchen und an einem Selbstwert arbeiten. Das sind die Schlüssel, um dich zu schützen. Hast du bereits Erfahrungen mit Narzissten gemacht? Dann teile gerne deine Gedanken in den Kommentaren. Und vergiss nicht, diesen Kanal ein wenig zu unterstützen, um die Glocke zu aktivieren, damit du nichts mehr verpasst in Zukunft. Mich freut es, dass du auch hier geschaut hast, dass du bis zum Schluss dabei warst, dass du dich informierst, dass dein Leben was bedeutet. Also, dass du wirklich jetzt hier Antworten suchst, dass du nicht aufgibst und dass du dich von mir teils hochziehen lässt. Dafür bin ich da. Dafür habe ich diesen Kanal gegründet und so geht es auch weiter. Es kann einfach so nicht weitergehen mit diesen Leuten. Aber hier geht es weiter. Auf deine Reise, auf meine Reise und somit auf unserer Reise. Bis dann. Peace. Ja, und hier nochmal ein kleines Schlusswort, wie immer. Es werden immer mehr Leute. Durch Social Media, das letzte Video habt ihr ja wahrscheinlich gesehen, könnt ihr auch gerne nachholen. Wird es halt einfach immer mehr. Weil diese Leute nach Begeisterung und Bestätigung und alles jagen und sie kriegen es auch. Du brauchst bloß als Frau ein bisschen Ausschnitt zeigen oder als Junge ein bisschen Bizeps haben. Und schon hast du Follower, das glaubst du nicht. Weil du Leute hast, die sind schon am Boden. Und die wollen genauso werden wie diese Influencer. Und die Influencer werden so bestätigt, dass sie narzisstisch werden. Und somit ist es ein teuflischer Kreislauf. Schaut euch diese Welt an, aber aus der Distanz, wenn sie euch nicht gefällt. Und schaut, was für euch gut ist, was euch weiterbringt. Und ihr wurdet während dieser Beziehung schon genug isoliert. Klar, jetzt ist die Heilungsphase. Jetzt geht es wieder bergauf. Da braucht man viel Isolation. Aber diese Isolation nennt sich Me-Time. Und Me-Time ist gesund. Und Me-Time könntest du dir jeden Tag einplanen. Mach es vielleicht auch mal spontan. So, ich muss aber jetzt noch aufräumen. Ich muss noch Staubsaugen. Ich muss noch ein Auto Kühlflüssigkeit auffüllen. Nee, du legst dich jetzt eine Stunde unter den Apfelbaum. Oder was auch immer du für einen Baum im Garten hast. Und chillst einfach mal. Konzentrierst dich auf deinen Atem. Konzentrierst dich auf deine Gedanken. Und sortierst sie. Und schiebst weiterhin alles Unwichtige nach links. Und alles Wichtige nach rechts. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, dass du unterscheiden kannst, was ist jetzt wichtig für mich. Und da kannst du schon mal viel aussortieren, wo du jetzt immer im Gedanken warst. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen. Macht's gut und bis dahin. Macht's gut und bis dahin.